Hallo zusammen liebe Seestrassler, für einmal wieder hier eine Videobotschaft aus der Westhalle mit spannenden Infos. Ja, wir haben den Gottesdienst, der besondere Gottesdienst ist ein Allianz Gottesdienst und als Vertreterin der Gemeinde Seestrasse in der Allianz dorthin Thun will ich den Gottesdienst moderieren. Ich freue mich sehr darauf, das Thema ist gemeinsam besser, es geht um die Einheit im Lied Christi. Der Augustinus, sein Kirchenvater, hat zu dem sehr gutes Zitat ausgegeben. In den notwendigen Dingen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allen Liebe. Der Gottesdienst am 9. Januar, am Sonntag um halb bis zehn. Genau, und es wird gleichzeitig auch noch Fusion stattfinden, es wird auch hier in der Westhalle sein, wir treffen uns direkt um halb zehn. Hier in der Westhalle im Büro, ich schreibe an die, die das betrifft, noch eine Nachricht in den Chat. Und dann freuen wir uns auf euch am Sonntag um halb bis zehn. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.